Weißt du, woher die Sonnenblume ihren Namen hat? Ganz einfach, sie wenden sich immer dem Licht zu der Sonne zu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie weiß, was sie will und trest sich in die richtige Richtung. Lebe wie eine Sonne Blume, gucke immer auf die schönen Dinge und denke positiv. Wenn du nicht wie die Sonne stahlen kannst, sollst du mindestens wie eine Sonne Blume stahlen. Wie die Leute dich nennen, ist abhängig von deinem Verhalten.